Leute, Weltkreuz, so ein neues Video. Ich bin jetzt in Germaring, Unterpfaffenhofen und zeige euch die St. Jakobskirche von außen. Ja und wer sich wundert, warum letzten Sonntag bei mir kein neues Video online war. Ja, es gab irgendwie einen kleinen Zwischenfall letzten Sonntag und ich hoffe ich kann, nächste Woche Sonntag kann ich ja vielleicht ein neues Video hochladen, wenn nix dazwischen kommt natürlich. Ansonsten werde ich mir was überlegen, wenn ich am nächsten Sonntag keine Zeit habe für Videos, ein neues Video zu drehen, dann werde ich mir schon was einfallen lassen. Vielleicht ein Unboxing Video werde ich vielleicht, vielleicht werde ich erste Möglichkeit das Video, wenn am nächsten Sonntag wieder Zwischenfälle kommen, auswählen lassen. Oder zweite Möglichkeit ist, mache am Sonntag, ich werde vielleicht am Sonntag ein Video machen, ja, aber das werde ich aber nur machen, wenn am Sonntag wieder Zwischenfälle kommen und ich keine Zeit habe, Videos zu drehen. Und es gibt Sonntage, es gibt Sonntage, es gibt Sonntage, es gibt Sonntage, in dem ich meine Videos drehen, ausfallen lassen muss. Ja, so sieht die St. Jakobskirche von Oslo aus, hier sieht man den Turm, ja, und deswegen werde ich heute, wenn ich wieder, wenn ich wieder zu Hause bin, dann werde ich um meinen Kanal Info schreiben, Ob am nächste Woche Sonntag ein neues Video kommt oder nicht, falls ja, werde ich nächsten Sonntag ein neues Video drehen, da werde ich aber noch in meinem Kanal Info das Datum aufschreiben für nächsten Sonntag und dann noch vielleicht, weil manchmal kann es auch wieder ändern. Manchmal kann ich wieder, äh, manchmal, äh, keine Zeit haben, Videos zu drehen, ne, hier sieht man den Friedhof und hier sieht man nochmal die St. Jakobskirche. So, ja, und sonst habe ich euch nichts Besonderes zu sagen, ich werde, also für, also für die, die wissen wollen, wann bei mir nächsten Sonntag neue Videos kommen, werde ich meinen Kanal Info schreiben, äh, an welchen Sonntagen ich, äh, Videos machen kann und an welchen Sonntagen ich jetzt ausfallen muss. Ja, ja, lassen muss, ja, ja, so sieht man, was die St. Jakobskirche aus, so, ja, ich habe, jetzt, jetzt habe ich, äh, nichts Besonderes zu sagen, äh, ich werde gleich weiterspazieren gehen, so, zum, zum, ähm, Gärmeringer See, es gibt hier in Gärmering ein See, äh, äh, und, ja, ich werde gleich weitergehen, ja, so. So, so, und an welchen Sonntagen neue, neue Videos rauskommen, werdet ihr, äh, äh, meinen Kanal Info lesen, so, das war's mit dem Video, bis zum nächsten Sonntag, hoffentlich, hoffentlich kann ich ja am nächsten Sonntag neue, ein neues Video drehen, hoffentlich, wenn nix dazwischen kommt. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.